Herzlich Willkommen zur Welt der Werkstoffe. Mein Name ist Professor Bonnet. In diesem Video werden wir darüber sprechen, was Stahl überhaupt ist und wie man die verschiedenen Typen der Stähle einteilt. Dann werde ich Ihnen bereits ein Bezeichnungssystem für Stähle erklären. Trotz vieler Bemühungen gibt es noch keine einheitliche Systematik für die Bezeichnung von Werkstoffen. Am ältesten und immer noch am meisten verbreitet ist die Kennzeichnung mithilfe von Buchstaben und Ziffern. Hier spricht man von Kurznamen, die meist so gewählt sind, dass sie für den Verbraucher wichtige Informationen erkennen lassen. Daneben gibt es aber auch reine Ziffernkennzeichnungen. Die nach einem klaren System festgelegten Werkstoffnummern haben eine bestimmte Stellenzahl und sind daher für die Datenverarbeitung besser geeignet, als die nach EN 10027 Teil 1 gebildeten Kurznamen der Stähle. Außer diesen genormten Bezeichnungen werden von den Herstellerfirmen Handelsnamen für ihre Erzeugnisse benutzt. Das bedeutet, dass es für denselben Werkstoff zahlreiche unterschiedliche Namen gibt. Das trifft ganz allgemein für die Metalle wie auch für die Kunststoffe zu. Wir werden uns deshalb sowohl mit der Kennzeichnung durch Kurznamen wie auch durch Werkstoffnummern beschäftigen müssen. Die heute gültigen Normen für die Bezeichnung von Stählen sind europäische DIN EN Normen, die die rein nationalen Normen abgelöst haben. Die neuen DIN EN Normen brachten zum Teil erhebliche Veränderungen gegenüber der früheren Kennzeichnung. Bis heute ist die Umstellung auf dem Papier zwar abgeschlossen, aber noch nicht in den Köpfen aller Betroffenen, sodass wir im Markt nach wie vor alte und neue Bezeichnungen finden. Gemäß der Euronorm DIN EN 10020 Teil 1 ist der Werkstoff Stahl, ein überwiegend aus Eisen, also FE bestehender Werkstoff mit maximal 2% Kohlenstoff, C. Der Massenanteil Eisen ist dabei größer als der jeden anderen Elements. Aber wie kommen Sie an Normen heran? An vielen Hochschulen haben Sie freien Zugang zur Datenbank PERINORM. In dieser Datenbank können Sie im Suchfeld Dokumentennummer, die Nummer der Norm eingeben und eine Suche durchführen lassen. Alle gültigen DIN Normen können Sie sich auch anzeigen lassen und lesen oder auch abspeichern und bei Bedarf ausdrucken. So können wir beispielsweise die gerade gesehene Definition für Stahl in der DIN 10020 wiederfinden. Einen metallischen Werkstoff, der aus mindestens zwei verschiedenen Elementen besteht, nennt man Legierung und die der Hauptkomponente zugemischten Elemente entsprechend Legierungselemente. Hinsichtlich der Legierungselemente wird zwischen unlegierten Stählen, also solchen, die nur aus Eisen und Kohlenstoff bestehen und Legierten Stählen, also solchen, denen mindestens ein weiteres Legierungselement neben Kohlenstoff zulegiert wurde, unterschieden. Aber auch unlegierte Stähle enthalten chemische Elemente, die entweder absichtlich zugegeben werden oder aus dem Einsatzstoff stammend, aus technischen oder wirtschaftlichen Gründen nur unvollständig oder gar nicht aus der Schmelze entfernt werden konnten. Deshalb gibt es außer für Kohlenstoff Grenzgehalte, bei deren Überschreiten die Werkstoffe als Legiert bezeichnet werden. An den beiden Elementen Mangan und Silizium können Sie erkennen, wie erheblich der Anteil an Fremdstoffen sein kann. In Anbetracht der großen Bedeutung, die Phosphor und Schwefel für die Verarbeitungs- und Gebrauchseigenschaften haben, sind die Gehalte an diesen Elementen in den Hauptgüteklassen der unlegierten Stähle begrenzt. Für Grundstähle auf einen höchst zulässigen Phosphor- und Schwefelgehalt von 0,055 Prozent, für Qualitätsstähle auf einen höchst zulässigen Phosphor- und Schwefelgehalt von 0,35 Prozent und für Edelstähle auf einen höchst zulässigen Phosphor- und Schwefelgehalt von 0,025 Prozent. Eine steigende Reinheit bei unlegierten Stählen macht sich dann aber auch gleich in einem deutlich ansteigenden Preis bemerkbar. Auf der anderen Seite steigt der Preis für legierte Stähle, die gezielte Zusätze eigenschaftsoptimierender Zusätze enthalten, mit steigendem Legierungsgehalt an. Wie wir gerade gelernt haben, steht der Begriff Edelstahl zunächst für einen unlegierten Stahl hoher Reinheit. Dieser Begriff sollte also auf keinen Fall mit Edelstahl rostfrei verwechselt werden. Zwar sind alle nichtrostenden Stähle aufgrund ihres Reinheitsgrades Edelstähle, aber nicht alle Edelstähle sind rostfrei. Zur einfachen und schnellen Benennung von Stählen legt die DIN EN 10.020 die Bezeichnung der Stähle mittels Kennbuchstaben und Zahlen fest. Die Kennbuchstaben geben einen Hinweis auf den Hauptverwendungszweck, auf mechanische oder physikalische Eigenschaften oder auf die chemische Zusammensetzung. Grundsätzlich gilt, dass die Kurznamen nur so viele Angaben enthalten, wie zur Charakterisierung des Werkstoffes und zur Unterscheidung von anderen Werkstoffen unbedingt notwendig sind. Die Kurznamen lassen sich in zwei Hauptgruppen unterteilen. Gruppe 1. Die Kurznamen geben Hinweise auf die Verwendung und die mechanischen oder physikalischen Eigenschaften der Eisenwerkstoffe. Diese Benennung ist für Werkstoffe üblich, die aufgrund gewährleisteter mechanisch-technologischer Eigenschaften wie zum Beispiel Festigkeit und Umformbarkeit eingesetzt werden. Gruppe 2. Hier geben die Kurznamen Hinweise auf die chemische Zusammensetzung. Nach der chemischen Zusammensetzung werden solche Eisenwerkstoffe benannt, bei denen der Gehalt an Legierungselementen Rückschlüsse auf bestimmte Eigenschaften wie Korrosions- und Zunderbeständigkeit, Warmfestigkeit oder Zersparmbarkeit zulässt oder die beim Verarbeiter zur Einstellung gewünschter Eigenschaften Wärme behandelt werden. Die Kurznamen setzen sich nach DIN EN 10027 Teil 1 aus Haupt- und Zusatzsymbolen wie folgt zusammen. Hauptsymbole, Zusatzsymbole für Stähle und Zusatzsymbole für Stahlerzeugnisse. Wir werden zudem das Aufbauprinzip der Bezeichnung nach Verwendungszweck und Eigenschaften kennenlernen, bevor wir uns dann im Einzelnen die verschiedenen Symbole genauer anschauen werden. Die Hauptsymbole bestehen aus dem Kennbuchstaben für die Stahlgruppe. Zum Beispiel S für Stähle für den Stahlbau und der Kennzahl für die Mindeststreckgrenze in Megapaskal für die kleinste Erzeugnisdecke, zum Beispiel 355 Megapaskal. Bei den Stahlgruppen Y und R wird die Mindestzugfestigkeit im Megapaskal angegeben. Jede Bezeichnung nach Gruppe 1 enthält zumindest diese beiden Informationen des Hauptsymbols, beispielsweise S 235. Darauf können Zusatzsymbole für die Kennzeichnung der Gütegruppe, der Schweißeignung oder der Kerbschlagarbeit, zum Beispiel Jr für eine Kerbschlagarbeit von 27 Joule bei Raumtemperatur und, wenn erforderlich, Kennzeichnen für die Desoxidationsart folgen. Darüber hinaus können Kennbuchstaben für die Eignung für bestimmte Verwendungszwecke nachgestellt werden. Außerdem besteht die Möglichkeit für Stahlerzeugnisse noch Zusatzsymbole für den Behandlungszustand, Arten des Überzugs oder für besondere Anforderungen durch ein Pluszeichen von den vorhergehenden getrennt anzuhängen, zum Beispiel ein Plus N für Normalgeglüt. Diese Tabelle enthält eine vollständige Liste der Einteilung in verschiedene Verwendungen und Eigenschaften, aus denen sich der Kennbuchstabe, also der erste Buchstabe des Hauptsymbols ergibt. Von besonderem Interesse für den Maschinenbauingenieur sind die folgenden vier Stahlgruppen. S, Stähle für den allgemeinen Stahlbau, P, Stähle für den Druckbehälterbau, L, Stähle für den Rohrleitungsbau und E, die Maschinenbaustähle. Die drei folgenden Zahlen benennen, wie schon erwähnt, die Mindeststreckgrenze des Stahls in Megapascal. Danach würde der Kurzname S 235 einen Stahl für den allgemeinen Stahlbau mit einer Mindeststreckgrenze RE von 235 Megapascal bezeichnen. Wie schon erwähnt, bilden Stähle der Gruppe Y und R eine Ausnahme, in dem nicht die dreistellige Mindeststreckgrenze, sondern die vierstellige Mindestzugfestigkeit, allerdings auch ebenfalls in Megapascal angegeben wird. Die nach den drei Zahlen folgende Buchstaben-Zahlenkombination benennen zusätzliche Eigenschaften der Stähle. Diese beinhalten Auskünfte über zum Beispiel Zähigkeit oder ob die geforderte Qualität eines geschweißten Bauteils durch Schweißfertigung erreicht werden kann. Von besonderer Bedeutung ist hier die Einteilung in Gütegruppen, die die Kerbschlagarbeit bei unterschiedlichen Prüftemperaturen anzeigt. Es wird grob in drei Niveaus von Kerbschlagarbeit eingeteilt und diese mit Buchstaben verschlüsselt angegeben. J steht für eine Kerbschlagarbeit von 27 Joule, K für 40 Joule und L für 60 Joule. Dahinter folgt die Prüftemperatur, bis zu welcher dieser Wert garantiert wird. R steht für Raumtemperatur. Alle anderen Zahlenwerte ergeben mit minus 10 multipliziert die Prüftemperatur. Also steht die 4 für eine Prüftemperatur von minus 40 Grad Celsius. Danach würde ein S 235 J2 wiederum ein Stahl für den allgemeinen Stahlbau mit einer Mindestreckgrenze von 235 Megapaskal und einer Kerbschlagarbeit von 27 Joule bei einer Prüftemperatur von minus 20 Grad Celsius bezeichnen. Viele der Bedeutungen der Symbole und Zusatzsymbole mögen Sie zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht vollständig verstehen können. Trotzdem werden wir hier das Thema der Bezeichnung der Stähle umfassend behandeln, sodass wir in den folgenden Kapiteln mit Werkstoffbezeichnungen arbeiten können. Lassen Sie sich dadurch an dieser Stelle nicht entmutigen. Die hierauf folgenden Zusatzsymbole können verschiedenste Informationen zur Vorbehandlung oder zum Einsatzzweck enthalten. Für den Ingenieur von besonderem Interesse sind hierbei die Vorbehandlungszustände. C mit besonderer Kaltumformbarkeit, L für tiefe Temperaturen, M thermomechanisch gewalzt, N normal geglüht oder normalisierend gewalzt und Q für vergütet. Durch ein Pluszeichen getrennt können sich Symbole für besondere Anforderungen an die aus diesem Stahl gefertigten Produkte die sogenannten Stahlerzeugnisse anschließen, wie beispielsweise eine Mindestbrucheinschnürung. Die Brucheinschnürung Z kann im Anschluss an den Zugversuch ermittelt werden. Sie errechnet sich aus dem Verhältnis von Anfangsquerschnittsfläche S0 zur Querschnittsfläche nach dem Bruch Su. Es können aber auch Symbole für die Art des Überzuges auf Stahlerzeugnissen angehängt werden, wie beispielsweise Plus Z für Feuer verzinkt. Und schließlich können auch Symbole für den Behandlungszustand von Stahlerzeugnissen, wie zum Beispiel Plus A für Weichgeglüht, angehängt werden. So wird es sich beispielsweise bei einem S355, J0, C plus N, um einen Stahl für den allgemeinen Stahlbau handeln, mit einer Mindeststreckgrenze, in diesem Falle von 355 Megapaskal, einer Mindestkerbschlagarbeit von 27 Joule, diesmal bei einer Temperatur von 0 Grad Celsius, der aber besonders für Kaltumformbarkeit geeignet ist und das Ganze auch noch normalisierend geglüht. Zu Ihrer Beruhigung sei gesagt, dass von den mit Pluszeichen nachgestellten Symbolen in der Praxis recht selten Gebrauch gemacht wird. Vielen Dank fürs Zuschauen des Videos und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten wieder.